Heyo was geht Heute ranken wir mal Getränke Lass uns aussehen Und play Love it Obwohl ich finde Rewa schmeckt besser gell Rewa salti He Es müssen Aldi was davon geben Aber Sprite ist geil Love it Ich weiß nicht was ausvollziehen soll Love it Koda geht immer Love it Love it Okay es hängt ein bisschen Wunder Ich habe eine Die 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 dort gott auf das problem mit ihr da nicht nie das hatte ich nie heutzutage ist auch nicht zurück schon wieder never had in der wettbewerbe kann ich nicht Wie würd' ihr rate Minute 8? Normales Haft halt. Love it. Where würd' ihr put? Diet Coke. Biss Light Cola. Okay, das ist ausvoll. Where would banana milkshake? Zero kommt auch dann 3 vielleicht später. Banane milkshake. Hadini. Wie würd' ihr rate ANW hier? Oh, liebes. Achso, banale milkshake hatte ich schon. Auch Love it. Eine Fake-Function ist es. Love it. Not bad, not bad. Ich kann nur den Wein nicht aufstellen, aber das Gefühl ist geil. Geht klar. Gefälscht ist breitestes. Aber das Zero kommt nicht aufvoll. Zero ist grüßlich. David. Hab' schon probiert. Auch geil, David. Was ist neustige? Wie würd' ihr ratean? Copy? Nix. Ich lieb's nur nicht. Je neustige. Lovett. Das ist schon eher. Wer ist neustige? Wie würd' ihr ratean für Wasser? Lovett. Der ist schon eher. Der ist schon eher. Läuft Limonade Apfelsaft Apfelsaft Superb is so zusänglich Maundu auch lautet Kenn ich nicht aber sieht lecker aus David Ich glaube es ist amerikanische Punico glaube ich Grüne Tee David Auch lecker Kasson oder Orangensaft David Oh das kenne ich gar nicht Aber es sieht glaube ich lecker aus glaube ich gell Jemandes wie Arroy Proso glaube ich Oh Fanta lautet Geht auch klar Lautet auch lautet auch lautet auch lautet ich habe es die blaue Antwort ist hunde sich irgendwie Straubel Milchshake es sei auch nur Erdbeerkammer gell Mellow Yellow was ist Zitronensoder also eine Vorderung mit oder Spreit ist auch voll ekelhaft geistig Cherry Love it So Milch Super Mal Super B Okay Und auch mal es rein muss Love it Ich bin schon versorfen gell Ah Anna Soft David Love it auch Love it Love it E Zero Oh 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 What about Canada dry in drill? Ok in der Nähe mit dem Domorens freut Fisch und glaube ich Lovett auch bei Lovett von Zitronen und all zwei weitere die ruhe und ich kann mir vorstellen dass es gar nicht schmeckt ja hier ist die kraft wird wird die kraft dass sie glaubte damit auch da wird Wohl das Barking von Lipton ist ekelhaft, finde ich. Kokosos love it. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like. Abonniert mich, wenn ihr euch hier schon habt. Und sonst, morgen wieder ein neues Video. Bis dann, tschüss.